in ihrem umblick etwas verwirrt ja also damit dem hoppeltierchen das scheint sich wohl erledigt zu haben es waren es waren mal drei das ist nur noch eine und die vermehrt sich aber auch also nur klar einer kann sich schlecht vermehren das thema hat man ja gerade ich weiß nicht also damit dem mit den jägern und 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 so weiter und so fort ist auch nicht so ganz ohne der waffe glaube ich brauche dringend noch leute so ist was man hier und das ist gut so mein freund du kriegst erstmal hier verstärkung ganz klar und wir brauchen diverse waffen erstmal hier so für den nahkampf würde ich mal sagen und dann für später vielleicht irgendwie ein oder zwei falls die ressourcen reichen sollten was ich nicht weiß oder ich glaube ist egal gucken wir mal jetzt hilft nichts ich nehme hier die produktion wieder auf obwohl ich glaube das ist nicht unbedingt die beste idee wenn ich hier den in den riesen den habe ich vergessen tja der ame las da ist das gebäude im meer jetzt rennt er hier rum und macht hier rumstänkereien oder so weiter das wird wahrscheinlich den jäger auch noch angreifen gebäude fertig war der waffenmacher das kann weg der las ist arbeitslos da gebäude zerstört das haben wir ja gerade live miterlebt waffen fehlen für den tor der braucht natürlich dringend eine waffe die ist aber in arbeit doch ja da wird eifrig da wird eifrig das werkzeug geschwungen die dotter ist wenn ich das richtig sehe ist da dabei die waffen herzustellen die ich dann auftrag gegeben habe so und das waren insgesamt ja vier äh ächste davon ist jetzt eine fertig gut dann rekrutieren erst mal hier noch einen weiteren für die axt die zwar noch gerade im arbeit aber egal so der jäger wird momentan nicht angegriffen aber das hat sich mit dem jäger wahrscheinlich jetzt auch mehr oder weniger erledigt der hat jetzt das letzte tierchen erlegt und das letzte stück leder hergestellt okay so der riesen klumpetsch hier der hat sich irgendwo treibt er sich denn jetzt rum unsere beiden krieger schlagen sich bis jetzt und gut cool immerhin 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 so kann ich schon wieder den nächsten hier irgendwie achstmäßig und so noch einen zweiten schon mal denn ich denke mal die waffen werden so langsam aber sicher ehrlich gestellt das sieht gut aus so moment da hätten wir jetzt so der tor wurde attackiert das ganze aber gott sei dank überlebt ja und wir haben wieder problem mit den wohnhäusern das könnte jetzt ein bisschen heftig werden ja also entweder ist die produktionsrate von diesen kaninchen nicht besonders hoch normalerweise sind die aber sehr aktiv ja also solange noch genügend kaninchen da sind also in der natur betrachtet da sind die tierchen ausgesprochen reproduktiv in dem spiel nicht die waren zu dritt und normalerweise hätte es innerhalb kürzester zeit von kaninchen nur so wimmeln müssen dem war dann nicht so und jetzt hat er die zwei von dreien erledigt gehabt danach war wahrscheinlich die reproduktion nicht mehr möglich vermute ich jetzt mal einfach so ich weiß es nicht würde zumindest sinn machen dass ein einzelnes tier sich nicht mehr fortpflanzen kann also ne weiter verbreiten und so weiter und so fort ihr wisst was ich mein so uh lange rede kurz unsinn wir haben mal wieder das problem mit den unterkünften da hätte ich ein wohnzelt zu bieten macht das Sinn das ist das einzige was ich hier hinsetzen kann ich setze das Ding mal hier hin fertig ab und dann gucken wir mal wie wir mit der Wohnhütte machen vielleicht kann das Wohnzelt dann weg ja zumindest logisch ich würde das ganz gerne anbinden alles klar bin ich gesehen ist da eine Anbindung und eventuell Moment, Moment, der war es machen wir hier noch so ein Ding hin so das soll reichen weg damit so wie sieht es denn aus Essenslager alles klar Waffenherstellung oh wir haben Pfeil und Bogen jetzt auch im Angebot das heißt ich kann hier das Armeelager mit zwei Bogenschützen erweitern dann würde ich sagen lieber Waffenmacher mach mir doch noch zwei Äxte so okay warte mal hier alle Waren produziert okay alles klar die gute Dothra ist fertig hungrig kann nicht arbeiten wieso hat die Uta dann ist wieder das Problem mit der Nahrungsversorgung das kennt man ja folgendes da haben wir den Werkzeugmacher dann würde ich sagen lieber Werkzeugmacher wir machen uns ich habe noch eine Angel das ist gut das ist gut dann würde ich vorsichtshalber ob er was bringt weiß ich nicht hier noch einen Fischer ansiedeln ich setze den mal hier so hin der schon noch gebaut werden kann auf diesem hellen Stück so Fischer einmal da das macht auch nur Sinn glaube ich gut tja 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 findet der jetzt noch was oder wie oder was oder wo oder kann ich den wegmachen oder wie sieht das hier aus hat der gute Kollege noch Arbeit tut nix holt Ware tut nix langweilig ok da ist wieder dieser Riesenklumpatsch unterwegs das gefällt mir gar nicht äh Gebäude fertig ok immerhin 4 Leute was ist mit dem Ding jetzt hier kann ich das Wohnzelt abreißen ich mach's einfach mal so weg damit wie der kann doch nie sein der müsste doch jetzt eigentlich dadurch dass er dann neben dem Bereich hier abdeckt entsprechend äh anscheinend nicht äh hier haben wir da sind alle möglichen Leute am Wohnen hier sind alle möglichen Leute am Wohnen hier haben wir noch ein Wohnzelt nun gut nun gut nun gut wenn's denn so sein soll dann würde ich aber hier eins hinsetzen das macht glaube ich mehr Sinn glaube ich weiß ich nicht oder vielleicht hier noch eins hin habe ich hier vielleicht das Problem mit den lieben Kollegen beziehungsweise äh machen wir es doch einfach mal so da noch eine Wohnhütte hin das ist mir jetzt auch auch gleich so dann binden wir hier ein und ein Wohnzelt wo die Frage ist ja ich glaube ich habe da eine Wohnhütte rumstehen die würde diesen Bereich abdecken das heißt das macht ein Wohnzelt eigentlich überhaupt keinen Sinn an der Stelle hier bin ich mir nicht sicher aber weil der da schon wieder meckern ist hier von wegen ich kann nicht genügend und so gucken wir mal ja ja was ich bis jetzt so feststelle irgendwie ein Förster wird ja nicht unbedingt benötigt die schlagen eifrig die Bäume auch wenn die eigentlich nicht in den Einzugsbereichen mehr liegen sollten ich habe hier noch bis jetzt noch nicht irgendwie die Mitteilung bekommen dass der hier nichts zu tun hat wieso sind die Leute hungrig hier ist ein Essenslager da ist alles mögliche drin jede Menge Fisch jede Menge Pilze gut Brot ist jetzt nicht so die Masse aber immerhin wird produziert und die sind am meckern so das Ding ist fertig und hat genau null Einwohner macht ja auch Sinn weil wir haben ja hier irgendwo schon irgendwie so ein Teil und naja gut oder auch nicht gut wie gesagt das mit den Wohnhäusern und Wohnhütten ist immer ein bisschen schwierig was uns noch fehlt im Bereich Militär ist eine Brauerei kriege ich hier noch oh Gott kriege ich hier noch irgendwo eine Bauer ne doch da die Frage ist ist die dann noch in ja rein theoretisch wäre die wohl noch im Einzugsbereich des Lagers denn wenn das nicht in der Nähe ist diese Brauerei ich glaube dann nutzen die die nicht äh Moment mal kann das sein dass da gerade Baugrund oh das ist gut dann setzen wir die Brauerei nämlich hier hin dann ist die Nähe an den Kollegen ran dann macht das mehr Sinn so meine Freunde äh das war da so gut eine arbeitslose jette holz aaa ne moment mal aaa aaa jette arbeitslos äh wo bist du jette jette hat hier ihren Sitz das ist okay interessant und sie sagt hier ist irgendwie nix mit zu tun aaa ok kriege ich hier einen Förster hin ich kriege hier einen Förster hin dann habe ich zwar eine andere Stelle letzten Endes sozusagen das herausgefunden in Anführungsstrichen ähm was ich herausfinden wollte aber ist ja egal Hauptsache es funktioniert überhaupt gut dann würde ich hier einen Förster etablieren und äh jo Werkzeugmacher wie sieht es bei dem aus wir haben zwei Äxte auf Vorrat das heißt ich kann hier äh zwei weitere rekrutieren so denn äh noch genügend Leute rekrutiert werden können ja das immer mal noch hinten dran gestellt gut naja läuft so einigermaßen läuft nicht so hm dass ich sag oh super ja also aber es geht es geht so was ist hier Jane auch arbeitslos Holzfäller langweilt sich das können wir ganz schnell abstellen indem ich hier die Försterei in äh Angriff nehme und den Holzfäller mal ganz kurz pausieren lasse alles hier fertig geworden Gebäude fertig Försterei also alle klar ok 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 wunderbar ähm Gebäude fertig ist hier Fischer der ist auch dabei sehr gut die die arbeitslose jette ja das ist immer das Hauptthema hier von wegen kein Getreide und so und das muss wachsen das dauert seine Zeit Mensch so aber das hier mit ihm ist der noch aktiv kann eigentlich nicht ne Ottokar tut nichts langweilig Hungermüdigkeit also produzieren kann ja eigentlich nichts mehr weil hier gibt es keine Tiere vielleicht sollte man dann auch abreißen weil nutzlos mach ich auch einfach mal so zack bumm weg ok dann können auch hier erstmal die Straßen entfernt werden die brauchen auch nicht mehr die belegen nur möglichen Baugrund und das muss nicht sein das stück lasse ich mal so Baugrund war das Stichwort ne hier wird gebaut Kollege erst mal einen Steinbruch den würde ich hier hinbekommen und das würde wohl auch reichen wenn ich das richtig sehe das ist komplett im Einzugsbereich das ist leider auch im Einzugsbereich von dem Klumpatsch da vorne ja komm egal ich mach erstmal den Steinbruch wir haben ja einen Steinmetz gut der ist dann am anderen Ende so gesehen aber ich schau mal ob sich das hier erstmal so etablieren lässt und Moment fahrt technisch setzen wir da noch einen dran und machen da will ich jetzt nicht noch eine Verbindung hinsetzen ich sehe gerade die Farm das ist die Farm ne da gibt es hier keine Straße ich will hier nicht irgendwie Farmland wegnehmen das muss nicht weg damit und dann muss das so gehen also Weideland wegnehmen irgendwie da muss ja da seine Quatsch Weide sag ich da ihr wisst schon Getreide an bauen und so und so weiter und so fort also das muss dann so gehen steinbruch brauche glaube ich immer oder so habe ich noch habe ich noch habe ich noch einen hammer mit sicherheit habe ich habe noch einen hammer trotzdem sollte man da vorsichtshalber nein werkzeug mache ist da ist der bäcker da ist der werkzeug macher so mach mir mal bitte einen hammer man kann nicht schaden oder auch zwei dann haben wir zwei in Reserve das ist gut das ist gut fix so die Brauerei ist fertig geht nicht dann kriege ich sie eben keinen träger ist jetzt das Maximum erreicht oder Limit ist ausgeschöpft na gut dann war sie wahrscheinlich dann die letzte die ich irgendwie da entsprechend ordern konnte Brauerei ist fertig kann weg die arbeitslos ich hatte dann das ist fertig und ja gucken wir mal haben wir da auch irgendjemanden für Bjarne ist jetzt der Steinbrecher sehr gut dann brech du mal den Stein so Brauerei äh ich wollte schon sagen habe ich überhaupt einen Brunnen ich habe einen Brunnen Gott sei Dank äh ach ja da wurde auch schon Einmalzbier hergestellt sehr gut der arme Bjarne der kriegt Ärger weil der Bjarne sich aber auch in einer Gegend aufhält wo er eigentlich nichts zu suchen hat wie kommt denn der da unten hin ja schön jetzt habe ich das Portal gefunden immerhin Feinde 3 die werden mit Fischen werden die zufriedengestellt ja ja der König der rennt hier in Gegenden rum ist ja wohl ganz toll drauf okay wird Zeit dass ich immer mal ein Armeelager irgendwie in Position bringe ähm Moment ja ich weiß da ein Getreide ist im Anbau ähm Armeelager wie war das jetzt draufklicken oder mit rechts draufklicken und dann könnte man das theoretisch hier hinsetzen oder wie war das äh ich habe es einmal aus Versehen sofort hingekriegt bewegen dann bewegen wir das doch einfach mal und ich bewege es mal hier hin denn der riesen Klumpot starrt der geht mir so ein bisschen auf den Keks und vielleicht haben wir ja Glück und die kriegen den riesen Klumpratsch da irgendwie ne klein dort gucken wir uns mal an mit Bis zum nächsten Mal.